Ultraschall ist eine sehr häufige Untersuchungstechnik bei Lymphom-Patienten. Das liegt einfach daran, dass Lymphome eine Erkrankung des Immunsystems sind und das betrifft vor allem Lymphknoten. Lymphknoten sind meistens oberflächlich gelegene Strukturen, die der Patient auch tasten kann und wenn der Patient einen Lymphknoten ertastet, dann ist die erste Untersuchung eben lokal an der Stelle, wo man eben die Auffälligkeit hat und das kann man sehr gut mit dem Ultraschall erreichen, weil es eben meistens oberflächliche Strukturen sind, die sich im Ultraschall sehr gut darstellen lassen. Meistens macht das der Hausarzt dann, diese erste Untersuchung und dabei kann man zum einen den vergrößerten Lymphknoten untersuchen und charakterisieren, ob da vielleicht eher eine Entzündung vorliegt oder vielleicht ein anderer Prozess dahinter steckt und darüber hinaus kann man noch benachbarte Lymphknotenregionen auch untersuchen und schauen, ob man vielleicht Lymphknoten findet, die nicht tastbar waren, aber die auch im Ultraschall schon verdächtig aussehen. Deswegen ist die Ultraschalluntersuchung eigentlich die erste und am meisten durchgeführte Diagnostik. CT und MRT sind ganz wichtige Untersuchungen für Patienten mit Lymphomen. Beide sind Schnittbildverfahren, das heißt sie ermöglichen es, die Organe ganz genau zu bewerten und zu schauen, ob sie krankhaft vergrößert sind und auch um zu schauen, ob vielleicht Lymphknotenstationen betroffen sind. Das heißt, man kann im ganzen Körper feststellen, wo krankhaft vergrößerte Lymphknoten vorhanden sind. CT ist ein Verfahren, das Röntgenstrahlung verwendet. Das heißt, es verwendet eine Strahlungsart, die es ermöglicht, die Organe von außen zu bewerten. Die MRT kommt ohne Röntgenstrahlung aus. Das heißt, sie ist schonender und ermöglicht es eben, Organsysteme in der Gänze zu beurteilen, wie zum Beispiel bei der Gehirnuntersuchung. MRT-Untersuchungen werden häufig eingesetzt, um gezielt spezifische Fragestellungen zu beantworten, zum Beispiel bei Lymphom-Patienten, ob es eine Beteiligung des zentralen Nervensystems gibt oder um zu schauen, ob das Rückenmark betroffen ist. Die CT wiederum ermöglicht es, den ganzen Körper schnell zu untersuchen und wird häufig durchgeführt, um den Brustkorb und den Bauchraum zu untersuchen und da zu schauen, ob Lymphknoten vorhanden sind, die vielleicht krankhaft verändert sind. Die PET-CT ist eine sehr wichtige Untersuchung für Patienten mit Lymphomerkrankungen. Die PET-CT ist eine Hybridbildgebung. Das bedeutet, dass sie zwei Untersuchungen kombiniert. Zum einen die CT, über die haben wir eben schon gesprochen, zum anderen die PET-Untersuchung. PET steht für Positronen-Emissionstomographie. Es ist eine Untersuchungsart, bei der radioaktive Arzneimittel eingesetzt werden und diese radioaktiven Arzneimittel können bestimmte krankhafte Prozesse im Körper darstellen. Ein ganz häufiges Arzneimittel, was man dafür verwendet, ist leicht radioaktiv markierter Traubenzucker oder Glucose. Das ist das FDG, die Fluodesoxyglucose. Diese Untersuchung ermöglicht es, stoffwechselaktive Regionen im Körper aufzuspüren. Krankhaft veränderte Organe weisen manchmal einen veränderten Zuckerstoffwechsel auf und das können wir mit der FDG-PET-CT gut diagnostizieren. Vor allem Lymphomerkrankungen können eine hohe Anreicherung dieses Zuckers aufweisen und darüber können wir sie im ganzen Körper gut aufspüren. Und darüber hinaus können wir sie nicht nur diagnostizieren und lokalisieren, sondern wir können auch das Ansprechen auf eine Therapie messen. Denn wenn ein Lymphom auf eine Chemotherapie zum Beispiel oder auf eine Strahlentherapie anspricht, dann sinkt der Glucosestoffwechsel, weil die Zellen darin absterben und wir sehen dann im PET-CT ein metabolisches, das heißt ein Ansprechen der Stoffwechselaktivität, was es sehr genau ermöglicht, die Therapie zu leiten und eine Deeskalation oder eine Eskalation durchzuführen. Es handelt sich um einen Patienten mit einem DLBCL. Das ist ein diffus großzelliges B-Zell-Lymphom, also eine Lymphomerkrankung, die von den B-Zellen ausgeht. Und wir sehen mehrere FDG-speichernde Lymphom-Manifestationen. Das heißt, das sind Regionen, die einer erhöhten Glucosestoffwechsel aufweisen und daher den leicht radioaktiv markierten Tracer, so nennt man diese Art von Medikamenten, aufnehmen und speichern. Wir sehen, dass sie einen sehr gesteigerten Stoffwechsel aufweisen im Vergleich zur Leber. Das ist die Referenz dabei. Und wir sehen genau, welche Regionen betroffen sind. Es handelt sich jetzt um einen Befall überhalb des Zwerchfells und er ist eben deutlich abgrenzbar in der PET-Untersuchung. Die CT liefert uns weitere Informationen. Wir können die Lymphknoten ausmessen und noch weiter bestimmen und beschreiben. Und die PET ist sehr wichtig, um den Stoffwechsel daran einzuschätzen. Wir sehen, dass der Patient auf die Systemtherapie gut angesprochen hat. Die Lymphomerkrankung weist einen rückläufigen Stoffwechsel auf. Das heißt, die Läsionen speichern den Tracer zu einem geringeren Maße. Und wir vergleichen das zum einen mit der Voruntersuchung und schauen, dass die Regionen angesprochen haben und schauen auch, ob es eventuell neue Regionen gibt. Das würde darauf hinweisen, dass die Erkrankung fortschreitet unter Therapie, sodass die Therapie nicht hinreichend wirkt. Und darüber hinaus vergleichen wir die Lymphomerkrankung auch noch mit gewissen Referenzorganen, wie zum Beispiel mit der Leber. Der Tracer wird auch von normalen Organen aufgenommen. Die Leber hat einen normalen Stoffwechsel und dient deshalb als Referenz. Und wir können also schauen, ob die Lymphomerkrankung noch Stoffwechselaktivität über dem Leberniveau hat. Das wäre ein Hinweis darauf, dass noch vitale Zellen, das heißt lebendige Tumorzellen, vorhanden sind. Wenn es unter dem Leberniveau liegt, kann man davon ausgehen, dass die Erkrankung durch die Therapie gut behandelt wurde. In Bern haben wir ein ganz neues PET-CT-Gerät. Ein PET-CT-Gerät, was eine extrem hohe Bildqualität ermöglicht. Es handelt sich um das weltweit erste Gerät dieser Art, das installiert worden ist. Und es ist eine ganz neue Technologie. Und diese PET-Geräte sind eigentlich Kameras. Das heißt, sie machen Fotos von den Patienten und nehmen auf, wo sich der radioaktive Tracer, also zum Beispiel das FTG, was wir eingangs besprochen haben, anreichert und stellt damit dann die Erkrankung dar. Das kann man vergleichen mit einer Handykamera, die jeder zu Hause hat. Auch das ist eine Kamera, die eben Bilder aufnimmt. Und wenn Sie mit dieser Handykamera abends zum Beispiel fotografieren, dann stellen Sie fest, dass die Bilder etwas verschwommen werden, etwas unscharf werden. Das liegt einfach daran, dass die Kamera länger belichtet. Das heißt, sie nimmt mehr Informationen auf und versucht damit, ein besseres Bild zu ermöglichen. Das kann man beim PET ganz genauso machen, indem man den Patienten länger scannt. Das heißt, man nimmt mehr radioaktive Strahlung auf und kann darüber ein detailreicheres Bild erzielen. Das Problem dabei ist nur, dass Bewegungsstörungen in dem Bild auftreten können. Bewegungsartefakte, wenn der Patient atmet oder sich bewegt, das wird halt über eine längere Scanzeit verschlimmert und darüber werden die Bilder dann wieder etwas schlechter. Man kann, um das eben zu kompensieren, bei der Handykamera zum Beispiel einen Blitz verwenden, das heißt, mehr Licht ins Bild bringen. Das kann man natürlich beim PET theoretisch auch. Das heißt, man könnte dem Patienten mehr Radioaktivität spritzen. Aber das möchte man natürlich auf jeden Fall vermeiden, um die Belastung für den Patienten so gering wie möglich zu halten, sodass das eben nicht wirklich eine Option ist, die wir verwenden können. Um das zu lösen, wäre die dritte Option, eben eine bessere Kamera zu verwenden. Zum Beispiel, wenn Sie nicht die Handykamera nehmen, sondern einen richtigen Fotoapparat, können Sie bessere Bilder auch im Dunkeln erzielen. Und das haben wir hier in Bern. Wir haben eine ganz neue PET-CT-Generation, die einen Ganzkörper-PET ermöglicht. Das heißt, wir können den ganzen Patienten scannen und darüber haben wir einen sehr großen Sensor und können viele Informationen in sehr kurzer Zeit aufnehmen. Das heißt, wir können es dem Patienten ermöglichen, ein schnelles PET mit einer überragenden Bildauflösung zu erzielen und gleichzeitig die Strahlenbelastung zu reduzieren, sodass wir wirklich eine exzellente, sehr schonende und extrem genaue Untersuchung ermöglichen. Es wird an mehreren nuklearmedizinischen Verfahren geforscht, um die Diagnostik von Lymphom-Patienten zu verbessern. Zum einen ist es so, dass immer wieder neue radioaktive Tracer erforscht werden. Das heißt, Ergänzungen zu dem FDG, was wir eingangs besprochen haben. Und diese neuen Tracer können ganz spezifische Erkennungsmerkmale, Rezeptormoleküle von Lymphomzellen darstellen und darüber erhofft man sich eine genauere Diagnostik. Das wird erforscht im Rahmen von klinischen Studien, ist aber in der klinischen Routine noch nicht angekommen. Darüber hinaus werden verbesserte Auswertemethoden erforscht, vor allem auch unter Berücksichtigung der künstlichen Intelligenz. Die ermöglicht es, die PET-CT-Diagnostik effizienter zu gestalten, indem es ermöglicht wird, alle Regionen, die von dem Lymphom betroffen sind, automatisch zu erkennen, sodass der Arzt automatisierte Parameter an die Hand bekommt, die es ermöglichen, den Krankheitsverlauf besser vielleicht beurteilen zu können. Und schließlich wird auch noch an verbesserten Kameratechnologien geforscht, die eine immer sensitivere Diagnostik ermöglichen und gleichzeitig die Belastung des Patienten reduzieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020